Abreihern und alles mögliche zusammen. Einfach bloß ganz Körperflüssigkeiten loswerden schon, allein wenn ich den Kerl seh. Da ist er schon wieder! Alter, jetzt kriegt er aber auf die Fresse. Das verspreche ich dir. Okay. Alter, dieser Pisskopf, der nervt mich so viel. Es ist unglaublich, ey. Pisser, da hast du ihn! Oh, Wichser, denkst du, ich wäre so schlecht, oder was? Oh, jetzt geht das wieder los. Komm schon. Mach ihn, mach ihn die ganze Zeit, komm. Nein, er macht ihn nicht mehr. Er macht ihn nicht mehr, aber jetzt... Alter, dieser Wichser. Ach, komm, ey, weil nix zusammen geht! Ach, fick dich doch! Fick dich, du Schwuchtel! Ja, okay, alles klar, Mann, alles klar! Ey, meine... Alter, da kommt damit so eine Scheiße daher! Fick dich, du Wichser! Nix wird geblockt, gar nix! Alter, ey, das nervt mich so viel. Ach, komm, warum setzt meiner dann nix nach? Diese... Ah, der... Ah! Fick you, ey. Wenn ich noch öfters gegen den Spiel verliere, ich mein ganzes Skill. Kann ja wirklich gar nix mehr. Ich will jetzt auch nicht mehr gegen den spielen. Fluch der Scheiße. Ich werde ihn gleich nochmal negativ bewerten, wenn der jetzt nochmal kommt. Alleine dafür, dass ich nochmal gegen ihn spielen musste, werde ich ihn negativ dafür bewerten, ganz klar. Es ist ein anderer... Oh mein Gott, es gibt noch andere Gegner in diesem Spiel. Oh, ich dachte schon, ich wäre komplett alleine mit dem online unterwegs. Oh, und der hat auch Law. Ei, ei, ei. Oh, ei, ei. Komm schon. Nein, da wollte ich gerade meinen Kick nach unten ansetzen. Erfluchte Scheiße. Ei, ei, ei. Das war jetzt nochmal echt knapp. So. Ui, ui, ui. Der ist wie ich, der blockt viel zu wenig. Der ist genauso wie ich. Oh. Nein. Nein. Komm schon, Mann. Den kann man echt besiegen. Komm schon. Komm, der blockt eh nix. Wow, was hat er denn jetzt gemacht? Ei, ei, ei. Diese Pissgurke, Mann. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Nein, da laufe ich ihm rein. Oh, scheiße. Komm schon, laufe. Huah. Ey. Da packt er mich wieder, dieses Drecksau. Jawohl. Hu, 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 hu. So. Jetzt komm. Jetzt kommt's drauf an. Alter. Nein, komm schon. Der gehört mir. Ja. Pisser. Pisser. Ich sag's immer wieder, dass ich mehr blocken muss. Aber ich tue's einfach nicht. Weil ich doof bin. Mehr ist es wahrscheinlich gar nicht. So, jetzt hab ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Und jetzt kommt wieder der vorherige Spacko. Oder komm. Nochmal. Schick ihn nochmal her. Ah, was kommt jetzt? Was kommt denn jetzt für einer? Oh, sehr gute Verbindung. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt jetzt hier. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Wie soll ich denn gegen sowas gewinnen? Dann auch noch gegen Glatzkopf. Oh Gott. Hey. Das sind mir immer die Liebsten. Die einfach so viel Erfahrung haben. Dass ich gar keine Chance hab. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Okay. Mehr blocken. Mehr blocken. Just. Oh, jetzt kommt so eine miese Attacke da. Alter, kam noch ein Schlag hinterher. Wie viele macht denn der da? Das gibt's ja nicht. Fick dich doch. Wie soll ich denn den fucking Kongo blocken hier? Keine Chance. Keine Chance. Unter ihm durchgeschlüpft bin ich, Mann. Wie blöd bin ich denn eigentlich? Keine Chance, den Shit zu blocken hier. Keine fucking Chance. Alter, ey. Was hat der mit mir gemacht? Alter, Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey. Was passiert denn jetzt hier? Ein Flugzeug ist durchgeflogen. Hat mir das ganze Geld geklaut. Ne, keine Ahnung. Ei, 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 ei. Ui, das macht mir hier schon wieder Freude, du. Ne, da muss noch irgendwo ein Gegner sein, wo ich gewinnen kann. Irgendwo da draußen versteckt sich einer. Und den kann ich gewinnen. Und ich werde ihn finden. Ich werde ihn finden und dann besiegen. Hui. So, go, go. Da ist er auch schon. Da ist schon derjenige, der jetzt besiegt wird von mir. Oh, Stufe 2 Verbindung. Ja, gut, okay, ausnahmsweise. Ich mach mal eine Ausnahme. Alter. Keine Chance. Keine Chance. Aber gar keine Chance. Komm. Ei, 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 ei. Ich block doch auch. Aber es ist... Die setzen dann sofort wieder Schläge nach, wo ich... Ich komm gar nicht zum Angreifen. Ich block. Er macht sein Kombo zu Ende. Und dann sofort, bam, kommt der nächste Schlag. Ei, ei, ei. Was? Ei, ei, ei. Nein. Lord, du machst doch immer das Falsche. Das will ich gar nicht machen. Da hat er meinen Griff einfach mal gekontert. Schwuchtel. Ja, komm schon. Nein. Nein. Ach komm. Fuck you. Fuck you. Brian Fury. Brian Gary. Mann, alter Schnauze. Komm. Komm, es muss doch irgendwo einen geben, den ich besiegen kann. Einen habe ich schon gefunden und selbst bei dem war es arschknapp. Also wirklich arschknapp. Mann, ey. Puh. Komm schon. Jawohl. Da ist noch einer. Auf geht er. Synchronisiert. Na, dann ist ja gut. Ja, ich weiß nicht, ob wir da eine Chance haben. Also, ich habe sicher keine Chance. Ihr vielleicht. Mann, was für eine Tucke, der spielt. Unglaublich, ey. Was soll denn das sein? Eine Qualle auf dem Kopf, oder was? Geh mal zum Friseur. Komm schon. Mann. Nein. Ja. Haha. Da wollte er auch gerade sein Low Kick machen. Da hätte ich wohl besser ausweichen sollen. Oder irgendein anderer. Und dann wird wieder gespammt. Sowas ist so low. Das ist so low. Das ist so low. Warum sind solche Wichser überhaupt erlaubt zu leben, ey? Warum ist es ihnen erlaubt zu leben, meine ich natürlich. Die gehören alle weg. Alle weggesperrt. Ey, 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 ey. Pack ihn, pack ihn. Scheiße, scheiße. Ich finde sowas so Hurensohn-mäßig. Also wirklich Hurensohn-mäßig. Da muss doch die Mutter schon bei der Erziehung versagt haben. Alter, ey. Pisser. Blöde Schwuchtel, Mann. Da, deine Qualle. Die reiße ich dir noch aus von deinem hässlichen Schädel. Ach, komm. Alter, ey. Ich nervt sowas tierisch. Unglaublich, ey. Wenn sie einfach anfangen zu spammen. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Blöden Gaylord. Erstellend einer Sitzung fehlgeschlagen. Was will das Spiel mir damit sagen? Just, du bist scheiße wahrscheinlich. Okay, komm. Anderen Charakter. Steve. Okay. Nehmen wir Steve. Mal gucken, was Steve so drauf hat. Ne, Steve. Stevie. Stewie. Was auch immer. Steve halt. Komm schon. Stellend einer Sitzung fehlgeschlagen. Warum denn? Verarsch mich doch nicht so. Was soll denn das? Okay, dann nehmen wir Anna. Alles klar. Stellend einer Sitzung fehlgeschlagen. Will er mich verarschen? Darf ich nicht mehr mitspielen oder was? Okay, dann könnt ihr mich mal. Blöden Pisser. Dann machen wir jetzt Arcade Kampf hier. Vielleicht kann ich da ja was. So. Den haben wir. Kicker. Back. Okay. Gucken wir mal. Wir nehmen bloß die Füße bei ihm her. Das sollte doch funktionieren. Das sollte doch wohl einigermaßen funktionieren. Katsuya. Mishima. Okay. Auf geht's. Gucken wir mal, was der alles so drauf hat mit den Füßen. Wie geht denn der Low Kick, was die eine Tussi da dauernd gemacht hat? Ah. Die einfachste Kombo schlechthin. Oh mein Gott. Schräg nach unten und A drücken. Was? Und sowas wird gespammt. Echt. Das ist so Pisser mäßig. Okay. Sowas wird auch noch gespammt. So. So. Aber wie war der eine mit den. Der war das. Halt. Der. Der. Ah. Das ist so low. Das ist so wichsermäßig. Ey. Unglaublich. So. Jetzt aber hier. Ab nach unten mit dir. Eieiei. Das war echt. Boah. Der hat ja echt coole Kicks drauf, Mann. Okay. Moment. Zweimal nach unten. Moment. Hallo. Geh mal bitte weg von ihm. Zweimal nach unten. Und dann B ist, glaube ich, ein Launcher in die Luft. Mann. Jetzt habe ich es verkackt. Ich wollte. Oh. Ein bisschen üben mit dem. Vielleicht kann ich ja mit dem was reißen. Jack Six. Okay. Guck mal her. Ne. Das ist er nicht. Halt. Das war schon der Richtige jetzt. Warte aufwärts hier. Und nach oben. Warum macht der nicht nach oben? Wuchte. Stirb. Ach, das ist zu einfach. Das ist einfach langweilig. Ich will jetzt nochmal online spielen und nicht hier gegen Computer. Das ist ja lahm. Ich will mich über andere Arschlöcher aufregen und nicht über Computer. Der kann ja nichts dafür, dass er schlecht ist. Ah, wo ist er denn? Fake. Bin ich blind oder was? Da ist er doch. So, komm schon. Ja. So, komm schon. Vielen Dank.